hallo herzlich willkommen in meinem mobilen büro mein name ist andreas otto von der firma phoenix contact und ich möchte kurz über die inhalte meines vortrags berichten der vortrag hat den titel leitfaden für den sicheren betrieb und umbau von altmaschinen das heißt wir schauen uns zusammen an was passiert wenn sie maschinen umbauen wann sprechen wir von einer wesentlichen veränderung was bedeutet das thema verkettung von maschinen wann wird man zum hersteller einer gesamtheit von maschinen was ist mit maschinen im bestand die keine ce kennzeichnung haben wie ist der sichere betrieb nach stand der technik gemäß betrieb sicherheitsverordnung auszulegen all diese themen schauen wir uns gemeinsam an ich freue mich wenn sie dabei sind